Das südlichste Hotel am Zürichsee heisst Hotel Alporto und liegt hier im malerischen Lachen. Das Designhotel besticht durch Seminar- und Paketräumlichkeiten sowie durch eine stilvolle Einrichtung. Neben mir steht jetzt die Hotel- und Seminarverantwortliche Aline Coray. Ihr habt eine wunderschöne Seesicht. Wie ist das Hotel Alporto aufgeteilt, Frau Coray? Wir sind ein 4-Stern-Designhotel. Wir haben 21 Zimmer. Die sind aufteilt in normale Standardzimmer via Junior-Suite und Suiten und verfügen über drei Seminar- und Paketräumlichkeiten. Wie sind die Hotelzimmer ausgestattet? Alle unsere 21 Zimmer sind gleich ausgestattet, vom Design her wie auch von der Technik. Sprich, wir haben B&O-Equipment im TV- und Stereo-Bereich. Wir haben aber auch Wireless LAN und ADSL für unsere Business-Kunden. Wir haben vom Designer her, der ideal ist für die Business-Kunde, hochkategoriert bis zu der Junior-Suite, bis hoch zu der Suiten mit einem wunderschönen Jacuzzi. Bei uns ist es sehr schön, weil wir auch ein relativ kleiner Betrieb sind, dass man von A bis Z persönlich betreut wird. Sprich, von der ersten Absprache bis zum Schluss der Durchführung wird es die gleiche Person sein oder sicher immer das gleiche Team. Wir haben von der Ausstattung her Beimer und alles im Haus, also man kann auch vorzusagen, was man will und jederzeit anrufen, wo wir auch etwas zur Verfügung stellen. Ich danke unserem vielfältigen Gastronomie-Angebot, ist auch jeder Seminar-Gast von morgen bis zum Abend verpflegt. Bei so einer atemberaubenden Seesicht müssen Sie das Hotel Alporto beehren. Für Sie die Guide aus Lachen, Sonja Valero.